So die letzten oder die nächsten Frage. Cooles Video. Frage. Wohnst du mit Simon zusammen? Nein, wohne ich nicht. Wärst du schon auf dem diesjährigen Koblenzer Weihnachtsmarkt? Nein, war ich nicht. Außer jetzt, da bin ich auf dem Weihnachtsmarkt in Koblenz. Yay. Fetter von hier. Und was ist dein nächster Ziel auf YouTube? Bist der Beste. Mach so weiter. Kann mich grüßen. Grüße gehen raus. Und meine nächsten Ziele sind... Einfach mal die 100.000 zu knacken. Vielleicht wäre es schön. Gebt einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Und... Ciao. Und ich werde die nächsten aufnehmen. Ciao.